Hey Leute, Coach Steffi und heute zeige ich euch 50 verschiedene Varianten von Liegestütze. Let's go! Liegestütze ist die bekannteste Übung der Welt. Damit fängt, glaube ich, jeder sein Training daheim im Kinderzimmer an. Das Problem ist, damit wirst du keine Muskeln aufbauen. Warum? Weil du, wenn du 20, 30, 40, 50 Liegestütze machen kannst, du im Kraftausdauerbereich bist und nicht mehr im Hypertrophie-Muskelaufbaubereich. Das heißt, wir müssen die Liegestütze so verändern, dass sie intensiver wird, dass du weniger Wiederholungen machen kannst. Und dazu brauchst du einfach ein paar Variationen. Außerdem sieht es gut aus, es macht Spaß, mal was anderes zu machen und man kann da so ein bisschen kreativ werden. Von daher dachte ich mir, komm, mach es ein Video, zeig es mal, 50 geile Varianten. Und wenn ich eine Variante mache, kann es sein, man hat ein bisschen mehr die innere Brust, die äußere, die obere, die untere. Es spannen zwar immer alle komplett an, aber man kann den Fokus setzen. Ihr habt ein bisschen mehr hier die Schulter, vielleicht mehr den Trizeps, den Bizeps. Also mit jeder Variation ändere ich auch den Fokus ein bisschen. Von daher ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr verschiedene Variationen in euer Training einbaut, was einfach ein bisschen Abwechslung reinbringt. Von daher würde ich sagen, wir verlieren keine Worte und fangen gleich an. Let's go! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020